Was war das noch? Dorsilholz, Eider, Unterkiefer. Nehme ich mal das. Monster-Teile hier. Unterkiefer und Eider. Sehr gut. Machen wir erstmal. Und zum Aufwerten brauchen wir nochmal 15 und 5. Oh Mann. Das ganze Eider wieder weg, ne? Scheiße. Da brauchen wir noch 3. Na toll. Verdammt, das Eider, ey. Aber wir haben jetzt genug Weichgewebe gesammelt. Ich glaube, das könnte sein, dass es reicht. Ah, ne, reicht es nicht. Wenn wir alles durchgejagt haben. Weil ich will die Grobe halt, wie gesagt, noch einmal machen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hab sie nochmal hergestellt. Das war jetzt richtig, richtig dämlich. Oh Mann. Ach, ne. Kann ich laden? Ne, ne? Oh, scheiße. Scheiße. Nein. Weil ich schnell fertig werden will, ne? Ich Idiot. Ja, das hab ich jetzt davon. Och, nö. Och, nö. Okay, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich pack das jetzt erstmal hier rein. Och. Das ärgert mich gerade sehr. Weil das vor allem 15 hiervon gekostet hat. Ich storchkopp, Alter. So, Silber bitte. Das können wir wiederum reinpacken. Oh, das nervt mich gerade. Ähm. Weil das jetzt voll die Verschwendung war. Und was, hier will ich nochmal kurz gucken. Die Arbaleste braucht 8 Eisen. Wurzel und Holz. Doch, die hole ich schon mal. Oder ist das Silber jetzt dann bin ich mal fertig. Na, komm. Ja. Jetzt. Och, verdammt. Das war jetzt richtig, richtig doof. Aufwerten will ich doch. Ich hol's Kopf. So. Hätte ich sie. Wie sieht denn die aus? Ach, es ist ein Speer. Mhm. Wow. Hab ich mich verjagt. Okay. Ich glaube, ich sollte das hier mal mit den Experimenten innerhalb der Base lassen. Oha. Okay, okay. Wir haben also einen Speer. Der kommt auch nach oben. Frage ich mich ja, ob einer der Jungs, den du überhaupt haben willst. Ich esse mal alles. Und den letzten Salat haben wir endlich aufgebraucht. Sehr gut. Und den Speer packe ich hier hin. Zack. Oh. Ne, packe ich nicht. Dann packe ich den hier hin. Ja. Hauptsache überdeckt nicht was anderes. Sehr gut. Und dann ist das letzte dieser Arbaleste. Dann machen wir die auch noch. Komm. Holz. Normales. Das Yggdrasilholz kann ich wieder reintun. Dann brauchen wir, äh, was war das? Wurzeln. Davon haben wir auch mehr als genug. Und wir können die herstellen. Und diesmal nicht noch eine zweite herstellen, sondern aufwerten. Vier und... Ja, haben wir alles. Zack. Zeig mal her. Wie sieht denn die aus? Hä? Wie kann er die denn laden? Ja, wo kann ich sagen? Wir haben doch gar keinen Bolzen. Achso, er lädt sie trotzdem, aber es liegt kein Bolzen auf. Ja gut. Ah, die sieht ja voll geil aus. Okay. Also, ich will jetzt noch keine Bolzen herstellen. Die stelle ich nur dann her, wenn... Einer von den Jungs sagt, Jungen, die will ich. Und die hänge ich hiermit hin. So, sehr gut. Das nenne ich mal eine prall gefüllte Waffenkammer. So will ich das sehen. Plauschi. Das machst du doch mit Absicht. So, dann gehe ich mal zu den Monster-Teilen. Pack die wieder rein. Gehe zu den Wurzeln. Nacht hat begonnen. Da können wir gleich erstmal ratzen gehen. Und was dann an Eiter überbleibt, können wir dann in die Robe verwursten. Ne? Und wir brauchen außerdem wieder Nahrung. Die fülle ich direkt wieder auf. So. So. Und so. Halt, da mache ich sogar direkt so. Zack. Und das Refined Eiter packe ich hier in die Magiekiste rein. Zack. Und wir können theoretisch mal ausrechnen, wie viel wir brauchen. Ähm, wir brauchen 20. 40. Puh. Äh, 80. 95. Und ich glaube jeweils 5, ne? 100. 100. 105. Und hier auch nochmal. Also 110 Eiter. Und wir haben... 31. Hm. Ich lade mal die Refinery auf und gehe dann pennen. Damit das nachts weiter läuft. Damit das schneller geht. Weil dann hätten wir nämlich endlich die ganzen Items abgearbeitet. Halt. Erst mal hier zur Chest. So. Oh, das nervt mich jetzt mit dieser Waffe, dass wir da 15 verwurstet haben. Ich wünsche, das könnte man irgendwie rückgängig machen, aber geht ja leider nicht, ne? Verkackt ist verkackt. Aber gut. Ähm, ich glaube ich behalte den Stuff, weil wir gehen gleich sowieso wieder hin. Sobald wir aus dem Bett rauskommen. Und ich würde sagen, wir gehen pennen. Run, run, run. Immer schön die Treppe rauf. Und ins Bett geschmissen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und direkt runter. Und neu aufgeladen. Gucken, wie viel... ...gecraftet wurde. So. Und hier. Und hier. Sehr gut. Oh, da ist gerade noch eine fertig geworden. Dann nehme ich die auch mit. Oh, kein Harz mehr. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns direkt ein neues Harz. Wir müssen außerdem auch... ...ähm... ...die Pilzzucht wieder weiterführen. Weil wir davon so viele brauchen. So, dann laufe ich erstmal nach unten. Was hatte ich gesagt? Wie viel? Wir brauchen 110 etwa, ne? 110. Und wir haben... ...61. Das ist etwa die Hälfte. Und wenn wir das haben, haben wir alles. Alles von den Mistlands. Was wir entfernen können, ist... ...neue Waffen. Weg damit. So. Rüstkammer. Haben wir auch schon weg. Portalraum. Grau-Zwecke-Farm. Musik-Bug. Lager-Bug. Ja. Ja. Die Robe... ...steht hier in Klammern. Warum auch immer ich das so in Klammern gemacht habe. Ich mache mal so. So. Und... ...Binde-Strich. Und... ...Krau-Zwecke-Farm haben wir auch gelöst. So. Portalraum. Proben. So. Musik-Bug. Lager-Bug. Die mache ich mal hier mit hin. Musik. Bug. Binde-Strich. Lager. Bug. Und das kann weg. Sehr gut. To do and to farm. Das ist so wenig auf einmal. Oh Mann. Aber das da wird auch noch geil. Da freue ich mich drauf. Ähm. Warte mal. Türme. Was noch fehlt. Fällt mir gerade ein. Äh. Säulenturm. Ne. Ich habe ja sehr viele nice Säulen markiert. Äh. Ich muss allerdings mal ein ganz kurzes Päuschen machen. Ich bin sofort wieder da. Also. Bis gleich. So. Weiter geht's. Und... Ich nehme mal das Ding raus. So. Pack das hier hin. Und dann würde ich sagen... Gehen wir in die Mistlands und kümmern uns ein bisschen um unsere Ernte. Mh... Ich habe jetzt keine Tränke dabei. Aber... Wir gehen ja auch nicht weit weg. Da sind wir. Hä? Mit dem Loot. Das gibt alles lecker Omelette. Ich finde auch diese Pilze sehen übelst eklig aus. Also. Wenn ich sie in echt gäbe, würde ich sie glaube ich nicht essen. Na obwohl. Pilze sehen immer ein bisschen eklig aus. Und können richtig lecker schmecken. Pfifferlinge zum Beispiel. Die sehen jetzt nicht so appetitlich aus. Sind sie aber. Die sind richtig lecker. Mit meinen Lieblingspilzen. Weil die so einen richtig kräftigen Eigengeschmack haben. So. Nagierhut, Alter. Davon haben wir auch schon so viele. So. Und während wir hier ernten. Können auch die hier weiter pumpen. Dann pump mal. Und ich würde sagen 8. Zack. Hier wieder blau. Und bei dem anderen wieder gelb. Das hat gut geklappt. Und dran denken. Die sind sehr zickig. Die brauchen ordentlich Platz. Sehr gut. Damit hier schön immer ordentlich Pilze auf Halde sind. Äh. Ich nochmal so. Und hoffe, dass sie gelingt. Genauso wie die hier hinten. Könnte was werden. Und hier die gelben. Oh. Ausdauer. Warum? Da. Schon wieder. Es kommt mir schon wieder so vor, als ob es so langsam ist. Ich glaube, es kommt mir so vor, dass es so langsam ist. Weil wir so einen langen Ausdauerbalken haben. Kann das sein? Weil eigentlich fühlt es sich ja recht schnell. Und ich glaube, dadurch, dass ich es in Relation sehe. Kommt es mir so vor, als ob das so lange dauert. Dabei geht das so schnell wie sonst auch. Keine Ahnung. Wie nennt man das? Optische Täuschung? Nee. Ja doch. Schon ne optische Täuschung. Ey. Dieser Gial hier, ne? Eigentlich bin ich echt nicht zufrieden mit unserem Lager-Spot. Weil wenn hier ein Gial ist. Und selbst wenn wir den töten. Bedeutet das ja, dass der Spawnpunkt von dem Gial hier in der Nähe ist. Das macht mich richtig unruhig, den immer grummeln zu hören im Hintergrund. Oh. Warte mal. Warte mal. So. Sehr gut. Noch ein bisschen Platz geschaffen. Und da auch noch. Ich glaube, die meckert. Aber gut. Wir haben ordentlich Pilze gesammelt. Ja, nice. Vor allem die gelben. Die brauchen wir ja. Und hier können wir noch ein bisschen Harz ernten. Her damit. Und wir sind hier durch. Ciao. Perfekt. Hinunter. Und die Pilze direkt reingeschmissen. Alles repariert. Und so. Ah ja. Ist schon. Ähm. Hier rein. Zack. Oh. Wir brauchen wieder gelbe. Eigentlich würde ich dann tatsächlich direkt wieder gelbe holen. Damit dieses Feld hier leer ist. Mach ich auch. Äh. Halt. Erstmal bringe ich die Hacke weg. Hier. In die Werkzeugchest. Zack. Und so. Und das einzige, was Schaden genommen hat, ist das. Und. Das. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jumpen wir runter. Füllen Eiter auf. Halt. Ich habe keinen Harz mehr. Dann ist egal. Dann füllen wir Eiter nicht auf. Ähm. Sondern gehen hier einfach auf. Gelbe Pilze jagt. Hier waren doch irgendwo. Welche? Da sind sogar rote noch. Da. Das meine ich, ne? Die Ausdauer. Die fühlt sich eigentlich recht schnell auf. Keine Ahnung. Könnten theoretisch auch Reaktieren machen. Weil wir werden ja nicht auf große Reise gehen und das sparen müssen. Hinein. Und umgeguckt. Oder sind die noch nicht respawnt? Müssten sie aber sein, oder nicht? Nö. Hier ist nicht ein einziger. Okay. Dann bin ich wohl ein bisschen zu früh hier. Dann gehe ich wieder raus. Und suche mir auf der anderen Seite welche. Also ich gehe dann einfach quasi einmal querfeld ein. Ja. Also dich. Ganz ehrlich. Dich verputze ich zum Frühstück. So. Da sind noch die Pilze. Die nehme ich auch noch mit. Wo wir gerade dabei sind. So. Und so. Und dann gucken wir mal da. Weil diese Höhlen, die spawnen ja eigentlich relativ viel. Die Distillen können wir auch mitnehmen. Brauchen wir jetzt nicht mehr so dringend. Aber haben oder nicht haben. Ne. So. Du stirbst. Und hinein. Grab Cameron. Perfekt. Da sind sie doch. Gelbe Pilze. Her damit. Und wir gehen einfach wieder links. Oh. Hier waren wir noch gar nicht. Stimmt. Warum sollten wir auch? So. Ja. Hier sind ein paar Surtlingskerne. Ganz ehrlich. Davon haben wir nur wirklich genug. Aber ich nehme einfach mal alles mit. Was ich niet und nagel fest ist. Ja. Dass der Uralte da ist. Das wissen wir wohl. Das ist irgendwann unsere Hauptbase. So. Du stirbst. Und du auch. Oh. Eine neue Trophäe. Aha. Doch noch was Neues gefunden. Wer hätte das gedacht? Ach so. Das sind ja gar keine Surtlingsdinger. Hier sind wieder Surtlingskerne. Die können wir aber zur Not auch droppen. So. Hier ist noch Mist. Trotzdem mitnehmen. Da ist noch eine Bernsteinperle. Gut. Eigentlich sind wir ja nur wegen der gelben Pilze hier. Und das Ding mache ich auch kaputt. Hier ist noch eine Truhe. Na gut. Her damit. Und her damit. Da liegt noch ein Bernstein. Da unten ist nur ein Schädel. Den können wir nicht aufheben. Gut. Dann gehen wir hier lang. Und halten uns wieder links. Nichts zu übersehen. Da ist der Pilz. So. Perfekt. Die Pilze respawnen doch aber. Oder nicht? Respawnen sie nicht. Weil wir waren in dem anderen gerade drin. Und da waren keine. Das wundert mich ein bisschen. Das macht dann ja gelbe Pilze zu einer endlichen Ressource. Und die brauchen wir für Ausdauertränke. Na gut. Gut. Also. Wir haben hier mehr als genug dunkler Wald. Also es ist ja eigentlich doch eine endlose Ressource. Ressource. Hier ist nix. So. Und das war's. Okay. Gut. Wollen wir noch eine zweiten ausheben? Wenn wir eine finden. Ja ne. Ich würde aber mal querfeld einrennen. Ähm. Wo sind wir überhaupt? Gleich gehe mal da so lang. So. Da sind wir auch in der Nähe vom Spawner. Und da fallen die ganze Zeit weiter Viecher runter. Das ist natürlich erfreulich. Ja. Da ist ein Hirsch. Der hat von mir nichts zu befürchten. Hm. Irgendeine Höhle. Irgendeine Gruft. Irgendwat. Grab kann man. Nö. Alter. Die übelste Riesenbase. Ja. Da. Es funktioniert. Es funktioniert. So. Du stirbst. Damit du dir keinen Trouble machst. Ist das eine Höhle oder einfach nur ein Stein? Einfach nur ein Stein. In Trollhöhlen gibt es die auch. Ne. Die gelben Pilze. Ich glaube die spawnen in allen Höhlen. im dunklen Wald. Hier ist eine Trollhöhle, ne? Jo. Und da ist auch ein Troll. Hä? Ne. Doch nicht. Das sieht nur so aus. Ach. Das ist eine Grabkammer. Perfekt. Und hinein. Und hinein. Wie viele Grabkammern sind hier denn? Ist ja übel krass. Oh, hier waren wir schon. Die Türen sind offen. Ja, hier waren wir schon. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.